Wir legen uns auf den Bauch, es geht wieder um Körperspannung, Arme nach vorne gestreckt. Ein Partner kann auch immer kontrollieren und gucken, ob die Körperspannung auch vorhanden ist. Hier gehen wir richtig schön in der Hohlkreuzstellung und schauen, ob auch hier die Körperspannung vorhanden ist. Ne, macht man nicht immer so dieses Gewurschtille. Einmal ziehen, dann siehst du ja, ob sie spannend ist oder nicht. Das ist traurig, das habe ich direkt gemerkt. Ihr könnt es hier auf der Matte machen. Zu zweit, los geht's. Und den Kopf nicht auf dem Boot legen, den Kopf aufmachen. Zurück, weh das nicht mal. Und ruhig alle hier auf die Matte. Du bist Sophie!